ist das an? Hey, guck mal. Hey, schön, dass du da bist. Grüß dich. Wir sind ja schon beim Du hier, oder? Hallo und herzlich willkommen, YouTube, bei deinem Commanderkrieger. Bei so einer kleinen Community kann man ja schon jetzt persönlich duzen. Du kannst mir auch gerne deinen Namen unten in die Kommentare reinschreiben. Dann wird das hier so ein bisschen persönlicher. An erster Linie, liebe Freunde, möchte ich mich beim Deki bedanken. Der Link zum Deki findet ihr oben in der Videobeschreibung. Ganz großartig. Der Deki hat mir einfach so, ja, ohne dass ich jetzt irgendwas angefordert habe, Gas Gameplays eingeschickt. Und ich hatte einfach mal Bock, so ein bisschen zu kommentieren, hab ein bisschen geguckt. Und da hat der Deki mir dieses Gameplay hier eingeschickt. Fand ich sehr, sehr cool. Leider fehlt mir der Sound, aber ansonsten alles Taco. Kriegen wir aber trotzdem auch hin, oder? Ich meine, nach, wenn hier nach, ich weiß gar nicht, wie langer Zeit, gut, das Kochvideo kam die Tage, aber wenn hier nach so langer Zeit mal wieder ein Video reinkommt, dann muss man das auch mal ein bisschen genießen und dann muss auch mal, kann man auch, am Sound kann man auch mal scheißen, ne? So, erst mal, hallo und herzlich willkommen. Es geht noch, ja. Der Kanal ist noch nicht ganz tot. Ab und zu kommt noch mal ein Video. Und ich bedanke mich, dass du dieses Video dir auch tatsächlich anschaust. Ja, was gibt es bei mir Neues? Das hat sich die Tage, was heißt die Tage, es hat sich so ziemlich viel ereignet. Corona kam, Corona hat mir eine Menge versaut, gerade mit Tauchreisen. Ich wäre in Ägypten gewesen, ich wäre auf den Bahamas gewesen, ich wäre, wo wäre ich noch gewesen? Auf, äh, in der Karibik, auf Brunei wäre ich gewesen. Und, 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 da wäre, also auf jeden Fall wäre eine Menge Reisen am Start gewesen. Jetzt im Oktober soll es zu den weißen Haien nach Guadalupe gehen, äh, nach Mexiko. Ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus, weil Flüge nach Mexiko sind machbar von Deutschland aus. Da würde man halt direkt über Mexiko City fliegen. Ist natürlich nicht ganz, äh, ungefährlich, muss man auch ganz klar sagen. Aber, äh, ja, für ein paar weiße Haie würde ich das dann in Kauf nehmen, um dann ein paar neue Videos, äh, euch zu kredenzen. Dann im Oktober, äh, geht es nach Ägypten mit euch zusammen. Also sprich, wenn du Lust hast, einen Tauchschein zu machen, oder wenn du schon tauchen kannst, kannst du gerne mitkommen. Du kannst dort auf den Reisen, die wir anbieten, kannst du deinen Tauchschein machen. Oder du kannst, äh, ja, einfach mit uns tauchen. Eine Woche in einem Camp, eine Woche auf einem Schiff, da muss man dann einen Tauchschein haben. Da könnt ihr auch gerne mal in den Livestream kommen. Ich streame eigentlich fast täglich auf Twitch. Und, äh, ich habe festgestellt, dass doch einige Plattformen, wie zum Beispiel sogar Facebook, ich habe früher, ganz ehrlich, ne, man fragt ja mal so, Krieger, was läuft bei dir falsch, dass du so wenig Klicks hast. Als bestes Beispiel, nehmen wir mal Facebook. Ich habe damals, habe ich meine, damals war Twitter, habe ich komplett vernachlässigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Twitter war so, ne, was soll ich mit einem Tweet, wo ich nur 120, äh, oder 160 Zeichen reinklatschen kann. Da kann ich ja eine SMS rein, mehr reinhauen, äh, oder eine WhatsApp. Ähm, ja gut, SMS war damals sogar noch fast angesagt. So, das habe ich komplett, äh, hinten gelassen. Instagram, genau das gleiche. Da fange ich jetzt so, ja, was heißt, ich fange an, ne. Aber, ne, das sind so auf jeden Fall Fehler, die ich gemacht habe. Und ich merke, dass es immer noch eine aktive Facebook-Community gibt oder so, die genauso alt ist wie ich und was weiß ich nicht alles. Aber es ist schon ziemlich krass. Und da merkt man halt auch mal so ein paar Sachen, ähm, die ich falsch gemacht habe, definitiv. Es muss die Tage, wird auch, äh, ein bisschen mehr Content kommen. Ich habe angefangen, jetzt wieder NBA zu zocken. Das könnt ihr euch mal im Stream antun, wenn ihr da Bock habt. Hier in Juggernaut am Stisse, die, diese, die. Ähm, es wird, NBA wird kommen, äh, das habe ich vor. Es wird, äh, was, was wird denn noch kommen? Ähm, ich habe vor das Fragen-Antwort-Video. Ich habe noch das Fragen-Antwort-Video, was ich da vom Tanzi so nachgemacht habe. Äh, das wird noch kommen, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt. Ihr könnt doch gerne hier in die Kommentare Fragen reinhauen, wenn ihr sagt, Oh, da würde ich aber gerne wissen, Krieger, wie kann man überhaupt noch von mir so wenig Klicks erleben oder so. Könnt ihr auch hier gerne reinhauen. Aber, ähm, ja, ansonsten, äh, euer Krieger lebt. Ich bin jetzt mit meiner Freundin, wir sind jetzt zusammengezogen. Ähm, sie taucht auch. Sie wird vielleicht auch beim einen oder anderen Camp später mal dabei sein. Ähm, des Weiteren, was gibt es denn sonst Neues? Ich habe die Fotografie für mich so ein bisschen mehr entdeckt. Das heißt, ich latsche so ein bisschen mehr, äh, durch Düsseldorf rum und mache so die einen oder anderen Fotos und, äh, versuche irgendwie so ein paar Momentaufnahmen, so Street-Photography-mäßig einzufangen. Ähm, gibt es ein paar sehr, sehr geile YouTube-Kanäle. Äh, das Problem ist halt in Deutschland, oder was heißt das Problem? Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite schlecht, ne? Wenn man sich so diese ganzen Kanäle anschaut, da gibt es Leute, die aus, ähm, ähm, muss ich das mal überlegen, die aus Melbourne kommen, aus London, aus New York, da darf man überall hingehen und darf einfach die Leute, die auf der Straße sind, einfach so ablichten. Also das heißt, die rennen zu den Leuten hin, teilweise auch, muss man sagen, richtig, richtig frech, fotografieren die Leute und, äh, fragen gar nicht so, hey, darf ich dich fotografieren oder Ähnliches, sondern knipsen den Leuten einfach mitten ins Gesicht, auch mehrmals. Die Leute rennen schon fast förmlich vor diesen, äh, ja, Paparazzi, muss man fast schon so sagen, weg. Und, ähm, da schützt uns so ein bisschen mehr die DSGVO, muss man ganz klar sagen. Aber, äh, ja, es ist halt schon, es ist halt schon, muss man sagen, wirklich krass, wie das da funktioniert. Ich finde, in Deutschland ist es zu krass und da ist es, äh, also beide Seiten sind zu extrem, wie ich finde. Und, ja, da gibt es, glaube ich, auch kein, kein wirklich perfektes Mittel. Ähm, ich finde unsere Methode, jetzt alles schriftlich aufzusammeln, auch nicht so das wahre und das gelbe Vermeier. Aber, naja, auf jeden Fall, da hätte ich vielleicht auch mal Bock drauf, irgendwie mit einer GoPro so durch die Stadt zu rennen und einfach so ein bisschen zu fotografieren. Ähm, ja, könnt ihr euch das Video Street Photography anschauen, das habe ich die Tage hochgeladen. Ansonsten, was soll noch kommen? Der Kochstream, der hat euch ja gefallen. Vielleicht wird dann mal das eine oder andere noch kommen. Ähm, NBA soll jetzt kommen. Das neue FIFA werde ich mir holen. Ob da irgendwelche Videos kommen, weiß ich jetzt so nicht. Da wird auf jeden Fall nicht mehr so viel Geld reingebuttert. Ist einfach nicht mehr da, ne? Die Reisen sind halt wesentlich entscheidender. Äh, da wird auf jeden Fall weiterhin mehr kommen. Und jeden Tag die Streams. Das ist so momentan ein kleines Update, was euer Krieger so macht, wie es eurem Krieger geht. Also mir geht's gut, bin gesund und munter. Äh, für diejenigen, die auf Twitch mich nicht verfolgen oder so. Ihr könnt da gerne mal vorbeikommen. Twitch.tv slash TimnieKrieger. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, was gäbe ich denn sonst noch sozusagen? Bapapapam. Uwe, Uwe. Mein Freund Uwe, der in der Dominikanischen Republik als Tauchlehrer gearbeitet hat, der ist jetzt unterwegs und wird sich in Spanien niederlassen. Ich werde dann auch so ein bisschen Richtung Tauchlehrer gehen. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns, das wird aber nochmal irgendwann ein separates Video werden, wo wir Leute, die Bock haben auf einen Tauchschein und die ein bisschen Reichweite haben, wo wir gerne eine Kooperation eingehen würden. Das heißt, wir bieten euch einen Tauchschein an und dafür wollen wir ein bisschen eure Reichweite haben. Ja, das wäre so eine Idee. Einfach nur mal ein ganz kurzer, schnuckeliger Drops, dass ihr seht, euer Krieger lebt noch und es geht ihm gut. So, jetzt kannst du mal auf Twitch vorbeischauen, mir da ein Follow reindrücken, damit du nichts mehr verpasst und ich bin jetzt raus. Gut, Schluss, bis zum nächsten Mal. Dein Commander Krieger. Tschüss. Hier übrigens abonnieren und guck dir mal das Video an.